ich bin live zu den drei ich bin da und ein Volter ihr habt Jenny Bonny ich hätte auch nicht von mir an ihm an Jenny Benny Jo wie ich abgeht warum habe ich jetzt die M249 bekommen ihr Fäckers fühlt sich der mich wieder ab ich will schlafen aber ich darf erst um 9 Penn gehen wer verbietet ihr denn das später in Prozent ins Bett gehen deinem mit seinem Arm sie halten mich wach mit Spritzen die mit Koffe gefüllt sind direkt ins Blut so du bist müde dann ist gleich wieder wach Alter können die aufhören zu opfen das ist mal so behindert Aufwärmrunde echt so Look how my skill ist so schlecht ich hab jetzt auch noch ab so die mich das nervt was ist denn going on hier ich habe schon gesehen du kleine Mure die Kiki Kiki hofft der Existenz hatten ja dann er gibt sich hier rein läuft bei dem das habe ich selber auch her dass man sich zurück schießt man auch noch hoch danke dass du dich nicht ablässst kein Ding Jo Negev Power der Negev Power is real was geht schon los gehen wir B zu zweit wollen wir zu zweit wollen wir nicht eine A und eine B ok komm lass uns weiter beginnt ja hi hello ich gehe B okay ok go B Ok chips ok 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 Gani Bunny und irgendwas Yuki-Ira Ich eh vermute, dass es ein B-Rush ist, weil es ist schon immer ein B-Rush Gibt nichts anderes Long? Ja, ich geh Ich bleib nur ein bissl hier Es sind alle 5 B Okay, I'm coming Ja, dann snack ich mir jetzt Let's try Oh ja, die sind auch long Wenn du da rauskommst, direkt stehen sie bei der Ramp und so Oh, zeig mich dort Na, uncool Nur noch zwei Ja, dann ist ja easy Mit meinen 13 HP Mach ich das Gar keinen Stress Oh Gott Vor dir liegt nur noch eine USB und eine Glock Wenn du... Du hast eh nur eine Pistole, du hast eh nichts zu verlieren Oh shit Oh nice Wo ist er denn? Der Hundesohn! Auf der Seite! Hardcore 41k Hey Nix, ich kaufe meine Counter P9 Äh MP9 Just kidding Was glaubst du? Bullshit laver ich halt Ach so Hast du schon wartet Komm der P250 kann ich mir gerne Viel Spaß mit dem auf B Oh nö! Ich kann halt Ah ja, natürlich kannst du es nicht Kannst du es nicht beeinflussen 1B 1B Ja, aber 1B ist... Hier, PC Ja, mehr ist er Ey, long Nein! Oh! 1B Car Coming to door Ach, jetzt hör auf mit diesem... Okay Der Yanni Bunny Ich hasse es auch, wenn die Leute immer so ums Eck kommen Schuss Zurück Ums Eck kommen Schuss Zurück Oder meintest du das nicht? Alter, was? Wie sieht die? Ja, genau Genau Danke Es sah nicht so aus, als ob er es known wird Ja komm, wir sind sicher gleich auf long Guck OHHHHH Das war ja locker Wieso ist das so dumm? Das weiss man nicht Gernade out Gernade out Gernade out Gernade out Gernade out Mach den Fehler nicht. Tut mir leid Gernade out Gernade out Gernade out Aber so schlecht sind die Tiere. Es ist so wieder bei euch oder? Also wir haben Gott sei Hä? War da nicht gerade einer? еро Ich verstehe Hä? Ich dachte ich habe da irgendetwas gehört Einer mit! One mit! Töte den! Ich versuch's gerade, ja? Au, danke für Teamflash, you fucking retard! Oh, jetzt seh ich nix und schieß gleich auf meinen eigenen Team-Mate, ey! Ah, Jesus! Der frisch echt... grantig! One short! Danke schön, Sylvan! Dann ist dem's auch mit, gell? Das war mit! Jo, ja, dankeschön! Good job! Nice work, Team-Mate! Das geht doch! Das schaut doch ganz gut aus! Hab' ich schon gesagt, dass ich die... Oh, Carlos war für Liebe! Ich weiss nicht, dieses... Sie ist meine zweite AWP spricht schon ein bisschen dafür! Oh, PeaceCraft, er schreibt hallo! Hallo! Hast du den Chat offen? Nein! Komm her! Jetzt gibt's nen Knife! Nice Kneife! Knife! Oh, oh! Die schiessen auf mich! Aber der Orange tut auch ein bisschen... Was hat er gesagt? One scout is one! Alter, I don't know what he talking about! Oh, shit! Der war schlecht! Der Lilane watcht immer nebenher noch ein bisschen auf mit! Scheissbrill! Oblong! Oblong! Das sind die schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Hm, George scheint was zu sein! Ja, fuck! Der war too long! Too long! Ist aber noch irgendwo ein dritter unterwegs! Das ist so mein Bedenken, das ich habe! Wo ist der denn, der Schlawiner? Oh, one mid, one mid! Hm, one mid, siehsch! Ah, siehst du wenigstens kalt da! Oh, my god! One is pushing ramp! Nice! Bomb down! A-Ramp! Yeah, one nice one! Vorlos zuletzt hat die Bombe legt der Ah! Der geht auch planten! Geh shot! Nein, geh long! Geh long! Er wird für long planten! Du denkst? Er wird sneak! Er hat einen Scout! Ich bin mir ziemlich sicher das ... Geh, geh nur vor! Er hat den Scout! Du hast volle Leben geh! Ja, aber eine Scout, ein Scout headshot tut mir auch weh! Ja, geh vorwärts! Warte doch Ja Er ist bei dem blauen Nope Sorry Bro Bro Ich hätte ihn noch killen sollen vielleicht, wa? Scheiße Ich hätte früher defuse sollen Haben alle Geld I guess Ich geh einfach mal davon aus Joa ok die gehen B Dann geh ich long I guess Ja ok alleine long Ist auch cool Jo Flash long Flash again Wow Hm fake Fake long Ja fake long Ja fake long Ich bin schon wieder viel zu angespannt Ich bin schon wieder viel zu angespannt Titter Ico Jo Ico Und dabei brauche ich mich gar nicht so stressen und trotzdem Voll dead hohe Puls Ich hasse es Ich hasse es wenn das passiert Ich geh jetzt wieder B B lief bisher besser Jetzt sind wir nur zu zweit Hm Sind aber so unentschlossen Long Der ja long Der einzige der 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 von was wer called Der ist der einzige der immer die P90 spinnte Määhäh Ich bin nichts zu lang Ah scheiße Yo Ich sehe das Oh shit Die rutschen uns halt mit den Orbs nieder Wenig cool Kanäle kaufen Ja knapp ja Könnten auch die Orbs mal rutschen Ok komm wir rutschen drüber die Torwart Vielleicht sollte ich mir, sorry, warte, einen Moment Auch Kevlar kaufen Ja super, haben wir noch sonst geleben Da hat mich die Skull getroffen Wir rutschen die, gell? Gibt keinen Sinn, hier zu töten Ja, kommt um seine Vorlass, wenn du den schaffst, den zu töten Dann hast du, nice, nimm die Alka und rein rein Ist das der Einzige? Ja, war der Einzige So far Er hat immer zum T-Spawn nach hinten Jo, mach ich Sind schon wieder alle tot? Und nein, versuch sie nicht Shit So So viel zu, es läuft eigentlich ganz gut Ich bin mal für Der kauft immer Ah, das nervt so ey Ja, mit auf base ist okay Keine Ahnung Okay, bei Ich bei mir jetzt auch noch ab, wir brauchen jetzt einen Arbspieler Wir brauchen mal einen Counter-Arb Oh, nice wenn ich so auf der Guild Die nicht so schlecht ist Fuck Ablo Ja, das war zu langsam Ab ist ein Abit Oh mein Gott, Mann Fuckin' Flash Geil, echt Richtig geil Ich mag Green, white Just stay on B Short Short Ey, wie short Jetzt muss ich Nice Oh, nice Zeig dir ab Auf, auf, auf Vor dir Nice, Mann Gut, hab ich Ich stehe rechts Wo bist du denn? Und wer ist hierhin so ein bisschen Ja, genau Da Geht doch Ich muss jetzt jetzt die Hand wieder gekeckt Fast schon Voll ausgerüstert hier Was ist denn los? Läuft? Na manchmal Also ich Ich watch mal nicht lang Direkt in die Tonne rein Oh Flash upper tunnels Oh, what? Alter, teammate, hilf mir Spastkind Seine fucking P90 Und dann kommt er nicht Man, der rusht da einfach rein Ich call ihm halt so den Klappstuhl Weil der eh nix hinkriegt Weil der echten Klappstuhl ist Oh, einer ist da bei, ähm Mit Ramp Gerade oben um das Eck Keine Ahnung, wie heißt denn das? Gibt's glaub auch nen Namen Dieser Jani Bunny glotzt dich einfach an Silvan, das ist echt ein cooler Fahrt jetzt mit seiner Diegel und glotzt dich an Was macht der da? Ja Gell, und dass er einfach Bisschen rumsprayt Dass der Orb den Bisschen was hilft oder so Echt? Steht da da und glotzt? Oh ja, der hat coole Waffen Der hat ne Orb Wer noch stirbt, kann ich sie mir nähten Ich stehe manche Manche Leute in dem Team Ich bin so lustig wie der das sagt Oh, wo ist das? Bomb Short Oh, Bombay Off Short, nice Ich komm, ich komm Coming Bist du fertig mit Fatten? Was ist lang Halle, man Was ist lang Ich glaub, was ist lang Ich glaub, was ist lang Aber Frag nicht mich, der eine kriegt's da nicht hin Voll der Genie Oh, 1B Oh mein Gott, Yellow ist lag in S-Falkman Ja, er hat 7 hunderte Ping Pass auf Ramp Scheine Meinst du denn? Das geht natürlich auch Vielleicht hat er ne coole Waffe gehabt Oh, einer ist mit What the fuck Oder auch nicht mehr Der hat bloß ne Pistole gehabt Hört auf euch so zu stacken, das ist das Schlimmste, das wir machen können Hm Ähm Ich denk mir doch, da ist doch einer Ich mach wieder mal das Spiel Schieß die ganze Zeit Haja, mit deinem Orb geh, ich schalte ab Ich schalte deine Waffe Ich schalte deine Waffe Oh man, ey 5 5 5 5 Hi, der Blitz Ich geh das nicht mitwatchen Weil ich find Terrorist ist okay mitwatchen Aber Ja klar Ich mein, der Callout Immer den Nachteil Ich mein, glaub ich kann den First Pick machen Oh, die haben Die kommen nie B, ist das schon mal aufgefallen? Die kommen schon noch Eine, eine, zwei kommt immer wieder B Ja, das war's aber dann Ja, einer ist Upper Tunnels und schießt Okay, da ist der Einer Und noch Okay, eine Und wenn die Von euch ein bisschen die mit im Blick Ja, ja, ich stehe auf der mit vorhin war mal einer schuld aber das weg one short der kommt jetzt schon mit wot der m dort op ja was ist los also er ist runter gehüft und hat mir einfach durch locken mir den Kopfschuss gegeben das war Setsch ist der sich runter gehüpft er in den Kopf mit damals machte er einen Retake oder sicht er die AWP er macht einen Retake naja er kann schon schaffen unmöglich ist es natürlich nicht jo aber so schon und das war und muss jetzt so wenig Hoffnung geben und man geht man hilft doch nicht raus und zum Tom was ich auch Geld mehr manch alle Geld ich kann auch ein bisschen auf meinen auf die Hälfte Fahrer auch so um und die Führung geht auf ihm als erstes sein dass ich nicht zufällig dann zu wenig Geld habe ne du musst ja ich muss sie mal ein bisschen sagen wie viel Geld du brauchst ich kann sich nicht mehr es noch nicht mehr Ah, der muss jetzt der Yuki Ahiri das ganze alleine halten. Still short. Long. Nice try, though. Man! Das nervt. Yo, äh, Iko. Iko. Das hört zu langsam. Yo, I'm sorry. Nicht so schlimm. Warte, ich beife dich. Ja, das ist doch sehr nett von dir. Was macht er dann? Hilfe! Hallo! Biffi. Also, jetzt schenke ich die gelbe AFK rum, oder was? Ich kann noch nicht watchen, die haben doch sicher schon eine AWP draußen. One short! AWP long. Ach so, der läuft in die Tunnels rein, okay. Die fährt auf das. Das ist keine AWP. Was sind die denn? Long? Long. Mhm. Nice one. In der Pushing lang. Jo. Wollen lang. Ah, nice one. Nice! Ja, du musst einfach mal ein bisschen was riskieren, zum Beispiel. Wenn ich jetzt einfach mit meiner M4 einfach in die Mitte ausgerannt. Hast du ne, willst du die AK? Ah ne, natürlich nicht. Ich hab ne AWP. Dann behalte ich sie. Schon okay. Schon okay! Du kannst jetzt, weißt was du jetzt machst, du guckst, es ist einfach ein tolles... Wie sie einfach Koffkopf hören, wenn einer kommt, mach dann TANK und er ist tot, oder? TANK! Du musst, klar, du musst ein bisschen wissen, wer kommt. Er wird ziemlich sicher an der Wand hinten kommen. Ich versuch mal den Feuer Magier, wie mir das gezeigt wurde. Wobei er wurde als Zero gezeigt, gerne als CT. Ne ne, schon als CT, doch doch. Bombe da und lang. Komm schon rum. Short, oder? Bin ich der Einzige, der anhält? Das ist tight. One Upper Tunnel. Try to push him below, fuck. Bombe down Upper Tunnels. So schnell komme ich jetzt auch nicht drüber. Es ist noch einer, gell? Upper Tunnels one. Ja, ich komme. Warte, ich komme, ich komme. Blue Gooby. Oh, er hat die... Er hat die Bombe. Shit! Scope, 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 scope. Sorry. Good job! Silvon, du bist der Shit. I love ya. I love ya, too, babe. So ausgeglichenen Runden sind aber so echt übel. Ist das jetzt eigentlich die letzte? 16. Ich glaub's ja. Ach komm. Ich try ne AUG. Hup! Uiuiui. Krieg ich immer Angst, ey. Flashbang. Flashbang. bis zum nächsten Mal. I'm going to go ahead. I'm going to go ahead. Bein I'm going to hold me. I'm going to go ahead. Just go ahead. Okay. Bein Feshbang. I'm going to go ahead. Nice one. Nice. Hast du noch einer Short? Ich bin nicht Short, aber egal, ich habe ihn. Das ist gut. Ja, danke! Eine Long! Up! Be careful! Ja, warte für ihn. Ich werde ihn sehen. Er ist der letzte. Ja, dann einfach Bombe defendern. Also, ich habe Long gewatscht. Ich bin hoch, habe ihn auf Short getötet. Bin wieder runter auf Longwatch, kam der zweite auf Short, habe ihn auch getötet. Der Shortwatch hat nichts getan! Und dann hat mich halt der auf Long getötet. Ja, das ist immer noch unten. Weiß, was du machst, ist nicht gerade safe. Ja, ja, ich weiss schon. Bleib stehen im Zoom-Bild einfach und warte da auf den Ecken. Hör auf mit diesem Gewackel. Lass mich tun! Du bist jetzt schnell genug mit Sonko open und schießen! Und habe ich das in Waffen! Du brauchst diese Waffen! Du darfst sie doch nicht weg! Gut, Hör auf! Wieso bin ich der Beste? Sag mir so, falls ich was hören, he? Wenn du so cool bist. Rush Short! Oh, jetzt gehts wieder los. Rush Short. 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 Ja, man könnte man auch durch den Suicide-Rennen. Ja, du hast die Bombe-Folers, gell? Rush Short. Oh shit, 1 mid. Jaw, 1 mid. Jooo, wow! Was wird das? 2 ramp Good job Muss ich jetzt alle töten? Genau, halt sie einfach hin Lass noch einen shot Ah, du bist eh der letzte Fuck Fuck, man, just wait Oh, bitte What? No way Alter, hast du ihn gesehen? Ja, das war ja bei mir das selbe No way Insight to Schuhe Ohne Witz, Alter Was war denn das? Ich denke mir so, ha, ja, den schaffst du schon Zack Damn Das war too much Nice Ames Joa, könnte man so sagen Was, er will Force-Bine? Ich hab ein C-Set Brush me aber mit C-Set ist nicht so, mein Ding Ja, du, du spielst lieber Tech-9, gell Ne, ja, klar Hast du ja auch die Tech-9 schon mal ausprobiert? Ich glaube, ja Oh, shit, one of the doors We can try to push him Was? Keine Ahnung, doors, hat er gemeint Ja, siehst du, dieses Set ist einfach geil Oh, shit Oh, shit, komm behind Oh, what? Lower Tunnel What? Ja, das ist Lower Tunnel Ich komm bei Ja, ich kann nicht wirklich so viel bei Wenn wir jetzt nochmal Eco und dann verlieren wir nochmal ne Runde Ja, das ist der Shit mit dem Force-Buy Ach, komm ey Keine Lust drauf Oh, man ey Das wird ein Pain Ja Ich sag nichts mehr, das Team One minute Guck dir, ihr seid es leer Ja Good Job, Sylvan Aber einer kommt jetzt wahrscheinlich von CT Und einer von Short Naja, wir scale-tauen wir zumindest Ja, good job Short Gut gemacht Ja, ja Ah CT Der callt ja nicht Ja, nice try Ja, nice try Shit Also ich hab grad Wifels getötet Zwei, gell? Hm Wenn das letzte Team einfach nichts macht Ich hab ein Assist, ja So toll That was good Eco Joa Pass schon So, jetzt aber Bayern, ey, jetzt gibt's keine Widerrede Ich mach's mir einfach Ich mach's mir einfach Ich mach's mir einfach Ich mach's mir einfach Ich muss eh egal Ich mein, ich muss eh wieder alles tun Immerhin Silvan wird halt einfach überall gekillt Durch den Smoke, durch den Smoke gell Durch den Smoke hat er mich gerade getötet Nö, ist schon mal Vorhin, vorhin haben die auch angefangen plötzlich Deine, ja warte Okay, ich werd nicht mehr mitwatschen Ja, vorhin haben sie auch angefangen durch die Smoke zu schießen, wo ich noch nichts gesehen habe. Das war echt sehr komisch. Äußerst zeltsam. Oh, nice. Vor den, vor den! Nein, you fucking bitch! Hä? Ich hab einen Kill gemacht, ja, das war okay. Ja, nein, nein, okay. Ich sag nix, ich sag nix, ich sag nix, ich sag zu dir, ich sag nix, ich sag zu diesem Jukohiro, er called zwar, macht zu uns aber nix. Und den Rest, die Reste, die kommen dann eh nicht, die tun eh nie was. Okay, komm, mein Paar einbein auch, P9, die und rush die Scheiss. Das kam ein bisschen spät. Nisch egal, ich bin dabei. Geht halt mal eine gute RK drauf. Jollo! Fuck everything. Okay, was machen wir zu detaillisch, eh und der Auer, ich bin voll geflasht. Und das ist schon nicht deine Toren. Oh, schlechter Smoke. Ja, jetzt wollen wir keinen Rush mehr machen, dann machen wir halt over B, äh, over mid. Geh short dann. Die gehen ja A. Oh, da kommt einer. What the fucking hell! Nie im WC ohne WC, der Typ. Too mid. Lauf doch rein! Du läufst hier in den Rückenklappstuhl! Meine Fresse! Alter, sie sind rechts von dir, Bro. Ich küsse sie sogar und hört die rumlaufen. Über alle Berge sind die doch. Ne, jetzt hießt um. Guck, jetzt schießt er. Jetzt kommt die ab. Bisch! Ja, und dann so ein Shot. Ja, klar. Schul. Haben sie jetzt ihre Hacks angemacht, oder? Just camp now. Okay, wir campen einfach am spawnen. Ja. Ist gut. Ich kauf mir eine Scout. Just kidding. Mach ich nicht. Was will er denn? Er will campen. Er will campen. Was will er denn campen, auf das sie uns die mit den Orbs rushen? Die Rushen, die sind schon recht aggressiv. Stimmt. So ganz Unrecht hat er nicht. Aber, ob sie jetzt wirklich so weit rauskommen, bezweifle ich. Ja, jetzt sagen wir mal einen. Hast du, äh, ne, ne Smoke? One short! Das ist mit Catwalk, gell? Ah, sorry. Catwalk, egal. Hast du ne Smoke? Kannst du bitte da die Doors zusmoken, dass ich hoch? Ne, ich hab nur ne Flash. Sorry, ich hab klingelt. Der kommt immer noch short, oder Catwalk, mir egal. Aber ich hab jetzt Angst, dass ich ihn dir abbre. So short, warte. Danke für diese Ver- Oh, sorry. Ich wollte sie eigentlich vorher werfen. Das war zu... Halt die Fresse. Wie viel lebt denn aus? Was, was macht er unter dem T-Spot? Upper Tunnel. I don't love you push, you fucking faggot. Ist gut, du bist ein faggot. Now you push, ja. Ist klar, mein... Klappstuhl. Ohne Witz. Ach, ja. Ich weiß ja nicht, von wem der gezogen wird, aber... Ja, vor allem dieser Yuki Hira, der spielt nur Pi 90. Yo, dead luck. Mach mal, hast du mir auch das Pech. Dass du, äh... Mach's aber ganz cool, der Yuki Hira. Sonst. Oh, der... Nice one. Although it was very close. Can I have the R, please? Ah, Nubaz schreibt der eine jetzt. Ja, genau. Wenn man verkackt, einfach mal. Oh, der, das war jetzt einfach der größte Lock, dass der andere versucht zu knifen. Ohne Spaß. Ich probiere jetzt auch ein, ich probiere jetzt auch ein Rush of B. Komm, scheiss drauf, echt. Hab eine P90. Ich bin zwar der letzte. Aber egal. Ich nehme jetzt auch die... Ja, dann brauche ich nicht reinrushen. Reinrushen? Du kannst auch mit der Bombe reinrushen. Ich kann doch nicht... Los geht's. Ich nehme jetzt auch die Bombe mit. Sorry, Bro. Yeah, I think so. Ja, genau, Alter. Sure. Absolutely. My fucking God. Ohne WC. Der schießt einfach überall und jeden durch den Smoke und alles. Eco. Jetzt kam es ein bisschen schwer. Ist mir aber kacke egal, ihr Wichskinders. Geh mir irgendwas. B halt wieder. Aber wir gehen runter rechts und sneak. Sneak in den Tunnels, please. Yes, sir. Das will nicht, wenn das mir herumlauft. Alter, der hat schon ge... Oh, sorry. Wow. Er hat doch zwei Leute mit in den Tor gestern. Ich habe ihm in 95 Schaden gemacht. Hm, klar. Weißt du, du guckst schon einen Millimeter aus dem Door raus. Und er gibt dir einfach direkt, direkt seine Orb. Oh, nice try. Yeah, fuck me. Fuck me. Jetzt haben wir einen Autosniper. Toll. Ich kann schon wieder nichts kaufen. Du musst jetzt kaufen. Ja, okay, ich kaufe eine Scout. Komm, Jollo. Ich gucke mit. Fuck everything. Ich werde versuchen, mit mit. Gib mir aber zuerst noch die Bombe. Oder nein, scoute jetzt. Ich bin eh tot. Hier, warte, deine Bombe. Und da fliegt er. Oh, da kommt einer gerusht. Ja, durch den Smoke. Das war durch den... It was through the smoke, through the wall, and he hit me. Of course. Ach so, und da kommt auch noch einer von hinten. Was denn auch sonst? Ohne Witz, der, der war gesmoked. Ich sieh keinen, der Typ einfach bam, trifft mich. Ja, war ja bei mir vor allem dasselbe. Ja, ist schade. Bei mir hat das aber noch gewallbankt durch das Tor. Ja, mich auch, mich auch. Genau das gleiche. Der Smoke läuft hinten durch, schießt und taft schmutzig. Hm, ja, ist normal. Hm. Scheiß Teammates und Wallhack-Schützers. Wie portest du ihn noch? Wer war das überhaupt? Der Gorkan, gell? Hardcores. Auch Hardcores, okay. Muss ihn jetzt melden, gell? Ja, stimmt. Melden. Aimhacking, Wallhacking. Einfach alle drei. Alle Hacking, ja, ja. Weiß ich nicht, was für Hacking er macht. Penishacking. Schwuchtelhacking. Penishacking! Ja, er muss sich ja irgendwie ein bisschen größeren Penis herstellen, sonst hat er ja keinen. Sonst hat er ja nur sein 5mm-Ding da unten. Jo, hab einen. Was? Irgendwas pusht up her tunnel oder so. Ich frag mich nicht. Oh, oh. Mit Op. Ja. Ich bin bei A und hätte die Bombe. Hm. Well, let's just go away. Okay. Ja, sure. Boat, okay. Ja, wenn wir hier töten durch den Smoke, weiß ich jetzt schon. Bist du aber schon bei A auf der Seite? Ja, A auf. Nehm. Sure, sure, you guys. One city. One city. Jetzt bin ich gleich on side. Nein, 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 nein. Ja, zu spät. Too late. Fünfzehn, zehn. Ja gut, ey. Ja gut, ey. Was will man da sagen? Kann ich auf der Up? Oder? Wart, mach mal. Something, something, something. Okay, behalten. Okay, try it. Okay, ich warte. Ich geh nicht mehr in die Up. Ne, ich bin jetzt mal nicht so auszuzählen, okay. Ich treffe mich eh durch den Smoke ohne Witz. Ich warte ja schon drauf. One behind, two, three. Was war das? Die sind ja alle T-Spawn, die haben gerusht Folos. Geh rein! Geh rein, ja, ja. Geh plantet. Äh, guck mal Lohm, das war keine von uns, gell. Da links, 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 höchstwinde. What? Also was machen? Okay, das war's. Das war kein nice try, das war irgendwas. Ja, der war, na ja. Ja, hätte besser sein können, passt schon. Die A-T. Nein. GG. Hey, Tag 9! Hey, Tag 9! Yeah. Urband, die hab ich eigentlich schon fünfmal, wisst du sie noch mal? Wenn der Klappschuhl nicht irgendein Noob rank ist, weiß ich auch nicht mal echt. Wenn der, ja genau, Master Guardian 1, hmm, sure. Of course! Ich sag dir beide, die sind auch auf diesem Foto ja Teammates vom Profilbild her. Hm. Sag ich dir, das sind beide keine, die sind hochgezogen. Hm, 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 hm. Ja, I think so, too. Ja. 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 Ja.